Ich habe mich bei der SDW beworben, weil ich Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kennenlernen möchte und weil mir gesellschaftliche und soziale Themen wichtig sind und die SDW darauf ihren Fokus legt. Ich habe mich für ein Stipendium bei der SDW beworben, weil ich Chancengerechtigkeit in Kita-Tagesstätten fördern möchte. Ich würde euch empfehlen, euch bei der SDW zu bewerben, weil ihr nur gewinnen könnt. Allein im Auswahlverfahren lernt man schon unglaublich viel. In dem ganzen Verfahren geht es einfach darum zu gucken, ob ihr und die SDW zusammenpasst. Es geht nicht um Konkurrenz, nicht darum besser zu sein als die anderen BewerberInnen und auch nicht in erster Linie um Noten, sondern einfach um euch, um eure Zielstrebigkeit und eure Kreativität, euer Engagement. Mir wurde die Aufregung total schnell genommen, weil das Gespräch einfach nur total offen und herzlich war und ich habe gemerkt, dass die einfach daran interessiert sind, wer ich bin. Deswegen kann ich dir auch nur auf den Weg gehen, wenn du dich bei der SDW bewerben möchtest, sei authentisch, sei du selbst und stehe zu dir und wer du bist, weil genau darauf kommt es an, dass du, so wie du bist, zur SDW passt. Es ist interdisziplinär, interreligiös, nur parteilich und das ist, was mir so viel Freude bereitet, bei der SDW zu sein, weil man einfach mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt. Wir sind an ganz unterschiedlichen Stellen im Studium, mit ganz unterschiedlichen Fächern und Themen beschäftigen wir uns und tauschen uns darüber regelmäßig aus. Das sind alles Dinge, die viel Spaß machen und einen extrem weiterbringen und wahrscheinlich nur darüber hinausgehen, als das, was man jetzt rein durch eine finanzielle Förderung bekommt. Meiner Meinung nach gibt es sehr, sehr viele Gründe, warum man sich für ein Stipendium bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft bewerben sollte. Ich kann es nur allen zukünftigen Lehramtsstudierenden empfehlen, da die Stiftung der Deutschen Wirtschaft ein spezifisches Programm in Form des Studienkollegs für Lehramtsstudierende hat. Das Erstaunliche ist, obwohl ich jetzt schon seit einigen Jahren Alumnar bin, gibt es immer wieder Situationen, in denen ich das Gefühl habe, Mensch, das, was ich jetzt gerade mache oder die Möglichkeit, die ich jetzt gerade habe, die hätte ich, glaube ich, nicht, wenn ich das SDW-Stipendium nicht gehabt hätte.